hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge ist 19 ich muss jetzt gerade selber einmal gucken wo wir das letzte mal stehen geblieben sind ich weiß wir haben uns ein bisschen was gekauft und zwar das gelumpe was heißt gelumpe das zuckerrohr ernte und sehmaschine jetzt müssen wir doch erstmal gucken welche felder denn schon fertig sind wachstum im wachstum aber was haben wir wo und was gehört eigentlich alles nur das hier an drei ok da weiß ich wo wir hin müssen es so ich muss den ton etwas leiser stellen lautstärke fahrzeuge gesamt lautstärke speichern es ist immer noch zu laut dazu ja das müsste jetzt reichen läuft hier war mitten beim abernden denn hier soll ja das zuckerrohr hinkommen genau so das übernimmt aber wieder einer unserer helfer das machen wir nicht so wir schauen mal was wir auf den anderen feldgebieten noch machen können ich muss selber jetzt erstmal den überblick gewinnen denn die letzte aufnahme liegt dann doch schon zwei wochen zurück aber dort wächst alles da wächst alles wir haben immer noch nichts zu essen die armen chicken nuggets hier das alles grün das gehört und das ist alles im wachstum gut wir haben so viel geld ich kann sogar nicht bepflanzte dinger kaufen die es ganz schön in sich haben läuft was ist das ich könnte den viehhändler kaufen geil ähm gut das wächst alles das das da kriege ich leider auch nicht weg aber ist ja nicht so schlimm äh wir holen uns erstmal das ding hier runter das brauchen wir nachher fürs feld so ja komm ich hier durch ja dieser trecker hat so eine scheiß lenkung alle mal ernst das ist doch ja gut mehr kann ich dazu auch nicht sagen jetzt ist die frage muss ich das feld erst grubbern oder geht das ohne grubbern vonstatten hier das werden wir jetzt mal testen so maschine anschalten ok äh maschine aufklappen maschine senken maschine anschalten läuft und einmal aussteigen ich hoffe das wächst dann auch irgendwann so in dem anhänger haben wir natürlich auch schon ein bisschen was drin den trecker müssen wir jetzt leider gottes mitten aufs feld stellen damit dann wenn der die sähmaschine vom zuckerrohr soweit ist hier nichts kaputt macht von unserem erntegut wenn ich mal lerne ordentlich zu fahren so genau dann können wir ja mal gucken wir haben ja noch etwas geld ok wir haben noch etwas geld was können wir denn damit machen wir haben einen lkw wir haben einen anhänger wir haben zwei anhänger wir haben mehrere anhänger ja ja eigentlich nicht wirklich viel komme ich bis dahin ok ja dann putzen wir einfach mal die maschine würde ich sagen die braucht das wohl mal wieder interessant dass ich bloß vorne auf die reifen spritzen muss die ganze maschine wird sauber ja sieht aus wie neu denke ich zumindest mal ja sieht aus wie neu können wir so behalten ähm 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 den brauchen wir dann später zum ausliefern das heißt wir tun hier hinten ein Stück abkoppeln vom lkw ok so ähm geräte hier und einmal abkoppeln so dies brauchen wir später ja jetzt bleibt uns nichts weiter übrig als zu warten bis hier alles fertig ist wir könnten eigentlich auch selber abernten mal ernsthaft ähm blub und helfer entlassen wird zwar nicht schön aussehen aber es muss ja gemacht werden der da hinten arbeitet auch sonst wir haben bestimmt auch noch zwischendrin ein paar mal auffüllen müssen heißt wir werden wohl oder übel noch ein paar paletten kaufen müssen vom Zuckerrohr Geld haben wir ja derzeit genug so ich weiß so erntet man nicht ab aber ich sag mal so äh ich muss mich nicht ans real life halten wenn es danach geht so und dadurch dass ich eh selten spiele und wenn ich spiele dann wirklich komplett aufnehme was ich mache kann ich ja auch mal abernten wie ich möchte ich bin ja kein bauer ich bin ein Stadtkind so ähm hm 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 über was können wir uns derweil unterhalten solange wie ich hier ein bisschen rumfahre hm hm茶 und mal schauen wer mit mir lust hat äh zusammen zu zocken oder ob ich die alleine mache es sind auf jeden Fall Multiplayer Games es gibt einiges mehr dazu, kann man gerne bei mir auf dem Discord hinterfragen, Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung ja ansonsten ich weiß gerade wirklich gar nicht was ich sagen soll ihr könnt mir ja gerne mal in die Fragen in die Kommentare schreiben, wenn ihr das möchtet die werde ich euch dann in der nächsten Aufnahmesession wenn ich wieder LS19 aufnehme beantworten was ich sehr gerne mache und man kann mich fragen, was man will ich spinne da ein offenes Buch und wenn es wirklich Fragen sind, die ich nicht beantworten möchte dann lasse ich mir was anderes einfallen an Antwort oder ja ihr wisst was ich meine ich bin halt nicht so der große Redner außer im RP oder wenn ich mit Leuten zusammenspiele aber selbst da kann ich manchmal auch die ruhige Person sein ja jetzt fällt mir das aber gerade auf das ist das erste Mal dass ich so richtig alleine ein Feld abernte läuft bei mir so hier sind wir jetzt und dann fertig schön was haben wir denn jetzt überhaupt weit jetzt können wir unsere Hühner füttern das gefällt mir da kriegen wir Eier raus das heißt ich brauche noch einen Verladeanhänger müssen wir dann gleich mal gucken ob wir sowas kaufen können ich hoffe es mal so ähm da steht der Anhänger los rein hier so lange das abladet können wir mal gucken ob ich es als erstes erntebereit ist das sind Feld 20 und 19 dann kann ich gleich mal gucken was hab ich denn da drauf Weizen Weizen das war Weizen und das sind alles Sojabohnen hier kommt jetzt Zuckerwohr hin genau das wird auch wieder Sojabohnen mal schauen ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben was ich noch alles anbauen soll weil ich weiß dass sich Bauern ähm nicht immer auf mehrere Sachen festlegen meist nur eine Sache aber das stört ja auch nicht da wir hier aber so viele Felder schon besitzen kann ich natürlich mehr machen So Dick stellen wir erstmal hier hin du wirst dann später geputzt jetzt müssen wir schauen wie wir das mit dem Weizen machen wir wollen die Hühner füttern ich weiß nur nicht wo ich das beim Hühnergehege rein kippen muss ähm wird sich bestimmt gleich was finden ne ja oder wir kippen hier einfach was aus und holen uns das wieder ab das können wir natürlich auch machen da komm ich Stückchen vor noch so muss reichen wir haben ja dort unsere Schaufel dann können wir den ersten mal hier drauf stehen lassen und den Spaß auf jeden Fall erstmal wegfahren denn wir müssen ja dann an die Schaufel ran später irgendwann mal wenn der Trecker wieder frei ist so 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 haben wir ja nicht wirklich viel geschafft außer abernten anhänger hier sehmaschine putzen das sammeln wir dann später ein für die hühnchen das werden wir in der nächsten folge machen und dann werden wir uns auch unsere sehmaschine widmen ja dann war es das heute für die folge haben nicht wirklich viel gemacht aber besser als gar nichts ich hoffe es hat euch gefallen ja lasst einen Daumen nach oben da lasst kommentare da schreibt mir fragen in die kommentare die ich beantworten soll und 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 ja bleibt entspannt genießt den tag und bye bye ja